Es gibt 186 verschiedene Tarnungen in Modern Warfare 2. Da sind einige wirklich richtig geile dabei. Eine, die jeder haben will und auch haben muss, ist die Goldtarnung. Doch wie kommen wir da hin? Vorbei sind die komischen Zeiten, wo man sich dreimal im Kreis drehen musste und dann ein Messer werfen musste und den kleinen Zeh eines Gegners treffen musste, um diese Tarnung zu bekommen. In Modern Warfare 2 ist es viel einfacher. Es kann aber etwas verwirrend sein und deswegen lasst es mich erklären. Für jede Waffe gibt es vier Basistarnungen. Jede Tarnung muss mit einer Aufgabe freigespielt werden. Das kann zum Beispiel 50 Abschüsse sein. Wenn du alle vier Basistarnungen hast, kriegst du eine weitere Aufgabe und diese schaltet die Goldtarnung frei.